Thor, er ist wieder da. Der Typ online hat mich wieder Arschgesicht genannt. Noobmaster. Ja, Noobmaster 69 hat mich Arschgesicht genannt. Noobmaster, hey, hier ist Thor. Du weißt schon, Gott des Donners? Pass auf mal, wenn du dich nicht sofort aus dem Spiel auslaugst, komm ich zu dir in den Keller rübergeflogen, indem du dich verkriegst, reiß dir die Arme aus und schiebst dir die in den Arsch. Oh ja, geh und hol dich mit deinem Papi aus, so kleines Wiesel. Danke, Thor. Sag mir Bescheid, wenn er dich nochmal nervt, okay? Ja, vielen lieben Dank, Martin.